Okay, okay. Heute geht es um ein Hype-Thema, nämlich ChatGBT, das Sprachmodell von OpenAI und wie man das vielleicht für die Finance anwenden kann. Ich lasse euch mal ein bisschen teilhaben an den Versuchen, die ich unternommen habe. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Wendler Herzlich willkommen bei den Davicon CFO Insights. Ja, wer seine Social-Media-Kanäle in den letzten Wochen und vielleicht sogar schon Monaten geöffnet hat, der ist an einem Trend nicht vorbeigekommen. Und zwar um das Thema künstliche Intelligenz oder genauer den Chatbot ChatGBT. Und wie viele andere diesen Hype getroffen hat, habe ich natürlich es mir auch nicht nehmen lassen, zu erproben und auszuprobieren, was man damit alles machen kann. Und man muss sagen, das ist schon recht faszinierend. Ich gehöre ja nun leider schon auch zu den Leuten, die aufgewachsen sind, bevor es das Internet überhaupt gab. Und damals hatte ich eine ähnliche Faszination, als ich meine ersten E-Mails geschrieben hatte und es gar nicht glauben konnte, dass am anderen Ende der Welt jetzt jemand in quasi eine Sekunde später meine E-Mails liest. Und das war ganz, ganz faszinierend. Und genauso geht es mir natürlich jetzt auch hier wie vielen anderen auch mit dem Chatbot von OpenAI. Und ja, heute möchte ich mal so ein bisschen die ersten Erfahrungen mit euch teilen, wie kann man das eigentlich vielleicht dann auch sinnstiftend und sinnvoll für den Finance-Bereich nutzen. Und anbei mal ein bisschen gegliedert die Bereiche, die ich mich so herangetestet habe. Ich habe schon dann Mitte Dezember noch in der Version 3.5, die hat so ungefähr 175 Milliarden Datenpunkten. Das heißt schon eine ganze Menge Verknüpfung und da kamen auch schon relativ gute Antworten dabei raus. Doch hatte man das Gefühl, gerade wenn es spezieller wurde, das war nicht immer korrekt und da sollte man sich tunlichst nicht drauf verlassen. Jetzt seit Mitte März gibt es das Modell 4.0. Da ist noch nicht bekannt, wie viel Datenpunkte es hat, aber das Sprachmodell ist immer ein Vielfaches verbessert. Da sagt man so zwischen 40 und 82 Prozent Verbesserung zum Modell 3.5. Und da finde ich, das merkt man auch wirklich, weil die Antworten sind einfach viel ausführlicher, viel besser auf den Punkt gebracht und haben auch nicht mehr diese Fehler, die ich dann in den ersten Tests, die ich so gemacht hatte, festgestellt habe. Ja, was waren das für Tests? Ich möchte mal gliedern, was ich mir so angeguckt habe. Also einmal kann man natürlich sagen, so diese ganz allgemeinen Dinge. Bevor ich zu irgendeinem Kunden gegangen bin, der neu war, habe ich mir mal ein Bild verschafft und mal ChatGPT gefragt, was ist das eigentlich für eine Branche? Was sind so die größten Player in der Branche? Wie sieht der Markt aus? Und da kam schon einiges Brauchbares dabei heraus, sodass man zumindest mal einen kleinen Einblick hatte. Der Nachteil ist, diese trainierten Daten reichen nur zurück bis ins Jahr 2021. Das heißt, wir haben da irgendwo zwei Jahre fehlende Datengrundlage und von daher kann man das zwar nehmen, um sich ein bisschen schlau zu machen oder sich in eine Thematik ganz oberflächlich einzuarbeiten. Aber natürlich ersetzt das nicht die tiefer gehende Beschäftigung mit der Thematik. Ja, und das waren mal so die allgemeinen Dinge, die ich relativ schnell mal testen konnte und wo ich natürlich jetzt auch nicht die Notwendigkeit hatte, dass es irgendwie hundertprozentig richtig ist. Einfach nur, um mir einen schnellen Überblick zu verschaffen. Das hat sich dann geändert, wie gesagt, mit dieser neuen Version 4.0, weil ich gemerkt habe, oh, hier ist doch schon ordentlich was passiert und deswegen habe ich mal als erste Fragestellung aufgemacht, wie könnte mir eigentlich ChatGPT beim Jahresabschluss helfen? Und ein paar von euch werden das gesehen haben, dann habe ich mal so ein Beispiel über den Lagebericht auch bei LinkedIn gepostet. Das war aber nur ein kleiner Teil von dem, was ich da alles ausprobiert habe. Also man kann schon auf relativ schnelle und einfache Art, indem man dem Chatbot sagt, bitte erstelle einen Lagebericht nach § 289 HGB und dann reichert den vielleicht noch an um die Besonderheiten des DRS20. Das funktioniert ganz hervorragend und da kommt dann zumindest mal ein Korsett heraus, in dem ich jetzt auch weiterhin noch Zahlen mitteilen könnte. Bitte fülle dies und jenes aus, was man aber aufgrund von Datenschutz natürlich ein bisschen vermeiden sollte. Deswegen haben alle meine Tests hier kundenunabhängig stattgefunden und nur mit Testdaten. Aber ich stelle mir vor, für jemanden, der zum ersten Mal Lagebericht schreibt, ist das eine große Erleichterung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Anhang. Das ist sogar noch viel einfacher. Es kommen wirklich brauchbare Dinge dabei heraus und das ist vielleicht dann auch nicht ganz so verwunderlich, weil es hier sich ja um ein Textmodel handelt. Das heißt, meine erste Erkenntnis war, alles, was Richtung Berichtswesen geht, lässt sich sehr gut vereinfachen mit ChatGBT. Und deswegen habe ich dann auch gleich mal begonnen zu gucken, ob ich nicht auch mal so ein Commercial Due Diligence Report für, in meinem Fall, die Microsoft Corporation mache. Und auch das funktioniert gut, weder mit der Einschränkung, dass ich das Jahr 2021 als Referenzmarke habe. Lässt sich aber insofern mit aktuellen Daten anreichern, indem ich die mir noch suche und sage, bitte ergänze diese aktuellen Daten, die ich hier jetzt reinkopiere, in meinen bestehenden Due Diligence Report. Und siehe da, das funktioniert. Und das spart natürlich enorme Arbeit, vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass ich so ein, ja, Due Diligence Report oder so ein Exposé im Mittelstand vielleicht mal für ein Target und für die Gesellschaft da erstellen soll, ohne dass es zu viel Aufwand kostet. Also das war mal so eine große Erkenntnis. Dann war die nächste große Frage, wie kann ich das eigentlich fürs Controlling nutzen? Und die Problematik, die ich ja dort oft habe, wenn es zum Beispiel geht um Planungserstellung, dass ich mir erstmal vielleicht einen Überblick verschaffen muss, welche Bereiche haben eigentlich einen Einfluss auf meinen Planungsprozess? Und damit meine ich makroökonomische, aber auch andere Zusammenhänge. Und da muss ich sagen, auch das war sehr, sehr gut. Ich habe das mal gemacht für die Kaffeeproduktion. Und klar, das ist jetzt keine Überraschung, dass er mir jetzt erstmal gesagt hat, das ist natürlich abhängig vom Angebot und Nachfrage und dem Konsumentenverhalten. Aber auch so Dinge wie Weather Conditions und politische Stabilität in den Ländern, in denen Kaffee produziert wird. Und da das natürlich jetzt nur auf Sprachbasis erfolgte, habe ich dann mal gefragt, welchen Einfluss hatte das denn auf den Kaffeepreis der letzten fünf Jahre? Und zwar in Prozent heruntergebrochen auf diese, in diesem Fall waren es neun unterschiedlichen Kriterien, die er mir für das Geschäftsmodell der Kaffeeproduktion genannt hatte. So, auch da wieder einschränkend, alte Daten und ja, mir fehlt auch eine Quelle. Das ist insbesondere das, was mir als Wirtschaftsprüfer dann auch so ein bisschen Sorgen bereitet, dass ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann, wo kommen die Daten her. Aber für jemanden, der Planung machen will, der kann jetzt dieses Gerüst nehmen und sich diese Daten ja dann über die herkömmlichen Quellen selbst besorgen und dann mal schauen, welchen Einfluss hat das denn jetzt für bestimmte Bereiche in meinem Unternehmen? Und wenn ich Kaffee in verschiedenen Standorten produzieren lasse und ich dort im Moment eine politische Instabilität habe, dann kann ich in meiner Planung auch dieses Szenario mal durchaus mit einfließen lassen. Also, hochgradig spannend finde ich. Das zeigt ein wenig, in welche Richtung es gehen könnte. So, dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich ausprobiert habe und der war nun super vielversprechend. Da geht es dann nämlich um all diese Verwaltungsgeschichten, die man manchmal so hat. Und im konkreten Fall war das ein Antrag für ein Forschungszulageprojekt. Und wer so einen Antrag schon mal gesehen hat oder vielleicht auch schon mal selber ausgefüllt hat, dort muss ich versuchen, im Rahmen von 800 Zeichen so gut wie möglich zu erklären, warum mein Projekt jetzt förderfähig und förderwürdig ist. Und da nimmt ein Chat-GBT ganz viel Arbeit ab, weil zum einen kann ich schon mal sagen, das sind so meine Alleinstellungsmerkmale, die ich in diesem Forschungsprojekt erforschen möchte und erkläre das unter der Maßgabe der wissenschaftlichen oder technologischen Neuheit sowie der anerkannten Verfahren für Forschung und Entwicklung. Und das Ganze am besten dann noch in nur 800 Zeichen. Und das ist wirklich brauchbar, was dabei rauskommt. Das klingt auf den ersten Ton viel, viel besser als das, was ich geschrieben hätte, hätte ich es jetzt selber formulieren müssen. Und vor allem dann diese Kürzung auf 800 Zeichen, die einen manchmal wahnsinnig macht, das nimmt einen das System vollumfänglich ab. Also das ist vielleicht nicht tägliches Doing, aber doch mal auch eine der Dinge, wo man vielleicht auch bestehende Texte durch Chat-GBT vielleicht nochmal kürzen kann und dadurch einfach mehr Klarheit und Transparenz reinbekommt und auch den Leser dort nicht mit 30 Seiten zurücklässt, sondern dann vielleicht nur mit einer halben. So, aber mal vielleicht so zusammenfassend. Das waren ja jetzt alles Versuche, die ich mal so aus dem Stehgreif unternommen habe. Nicht alles hat wirklich gefruchtet, was ich sagen kann. Es ist es wert, diese 20 Dollar im Monat dort zu investieren für das neue Modell 4, weil dort einfach die Richtigkeit der Antworten ein Vielfaches besser sind als die schon den großen Hype ausgelösenden im Modell 3.5. Gespannt bin ich, wie es weitergeht. Es ist ja schon relativ groß angekündigt, dass zukünftig auch Microsoft in den Office-Produkten einige Funktionalitäten von Chat-GBT integrieren wird. Ich glaube, so das Erste, was kommen wird, wird PowerPoint sein und dort die Möglichkeiten, dann Folien vielleicht auch selbst zu gestalten. Wenn wir hier über die Finals sprechen, dann interessiert mich natürlich, wann es Zugriff auf die API gibt. Dort gibt es im Moment eine relativ lange Warteschlange, aber auch da kann man sich für eintragen, weil das ermöglicht dann auch Texte mit 24.000 Zeichen reinzukopieren, was natürlich vorhin beschrieben dem Beispiel des Due Diligence Reports ein Vielfaches helfen würde, weil ich dann nämlich meine Datenquellen direkt reinlade, zusammenfasse und dann auch weiß, woher die Quelle kommt. Beispielsweise von Investor Relations Seiten börsennotierter Unternehmen, weil die große Einschränkung, das hatte ich ja zu Beginn gesagt, immer noch ist, dass wir hier auf einer veralteten Datenbasis von 2021 arbeiten. Das heißt, ich muss über diese API die Möglichkeit schaffen, dann auf andere Quellen zuzugreifen. Ähnliches macht ja schon Bing mit der Integration, allerdings auch dort viele noch auf der Warteliste, um das nutzen zu können. Und auch Google ist mit Wart dort zugange, dass man dann auch das in der Suche vielleicht integriert und dadurch dann aktuellere Daten hat. Aber ich glaube, das wird gelöst werden und dann wird es relativ schnell möglich sein, das volle Potenzial von diesen Chat-Modellen und KI auch sinnstiftend zu nutzen. Also, es bleibt spannend und ich glaube, wir werden auch ganz, ganz viele hochgradig spannende Produkte sehen, die dann mit diesem Modell oder mit OpenAI gebaut werden für den Finance-Bereich. Bislang beschränkt sich das hier noch so ein bisschen auf diese Spielerei mit Chat-GBT, aber mich würde jetzt natürlich interessieren, was habt ihr schon ausprobiert und insbesondere in Richtung Finance und Controlling. Wenn ihr da noch gute Ideen oder Ergänzungen habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder hinterlasst es in den Kommentaren. Und ja, vielleicht machen wir dann auch mal dazu eine Podcast-Folge, wo ihr mir erzählt, was ihr damit gebaut habt und wie das eure tägliche Arbeit ein Vielfaches erleichtert. Darauf würde ich mich freuen und dann lasst uns mal abwarten, wohin uns diese Reise führen wird. Es hat natürlich immer so zwei Seiten der Medaille, was das auf der einen Seite die Arbeitserleichterung ist, ist natürlich auf der anderen Seite vielleicht die Angst, dass man seinen Arbeitsplatz verliert, weil nun ein Algorithmus oder ein neuronales Netz mir meine Arbeit abnimmt. Ich bin da viel positiver gestimmt. Ich glaube, wir werden einfach noch mehr Kreativität brauchen und haben hier ein super Tool bekommen, um Zeit freizuschaufeln, die vielleicht heutzutage auch nicht immer in den sinnvollsten Tätigkeiten landet. Von daher lasst uns optimistisch bleiben und trotzdem ein wenig kritisch hinterfragen, ob die Antworten richtig sind, was mit dem Datenschutz passiert und ob das System überhaupt Recht hat. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim weiteren Ausprobieren, bin ganz gespannt auf eure Anregungen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.